So, dann stellen wir mal da eins hin. Dann muss wahrscheinlich der Baum weichen. Und zwar direkt an den Weg. Genau. Das heißt, du musst jetzt hier Platz schaffen. So, vier und fünf in diese Richtung. Zwei, drei, vier, fünf. Der muss noch weg hier. Genau. Ja, der Fuchs, der muss jetzt nicht ganz geheuer. Der schaut da... Ich wollte gerade sagen, der schaut da aus der Ferne zu, weil er gerade da abgehauen ist. Aber nö, der springt dann schon in die Grube. Ja, Fuchs, was machst du jetzt? Äh, rausgehen. Oh, das ist eine gute Idee. So, und ich gehe jetzt mal ins Bett. Morgen legen wir das nächste Fundament. Das ist eine gute Idee. Dann können wir gleich sehen, wo dann die... Ja, also wo Häuser stehen und wie viele. Und, äh... Aus welchem Material wir sie machen, das sehen wir dann. Also natürlich aus Holz, aber es waren ja einige, die an den Ecken mit Holzstämmen waren und einige mit Dings eben. So, da können wir da noch... Also mit Stein. Können wir da noch eins hinstellen? Ja, eins reicht. Hier einfach da, so neben dem Feld. Äh, ja, in der Seite da. So. Äh, in der Entfernung. Drei, vier, fünf. Dann sollte er aber das hier auch weg. So. Eins, zwei, drei, vier... Ja, das passt, genau. So. Okay, so. Und hier kein weiteres Haus mehr hin. Nö, aber... Oh, vielleicht hier noch eins hin. Hier könnte man noch ein Feld hin machen, eventuell. Nö, aber da sind ja genug da. Das ist schon okay. Ja, es müssen ja nicht so viele hin. So viele Häuser. Hier, nur das eine oder andere. Hier könnten wir aber sehr wohl eins hin machen, nämlich hier, direkt da, genau, und eins, ja, eins gleich daneben. Und dort kommt keins hin. So, machen wir hier, ähm... Du, 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 hier. Zwei, drei, vier. Genau, direkt an den Rand. Zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier. Und dann müssen wir hier wieder so... Zack, zack, zack. Ne, das war halt zu viel hier. Der wieder weg. Okay, so, da haben wir ein bisschen Wasseranschluss hier. Wer es mag, da hinten auch nochmal. Okay, jetzt will ich schauen. Ne, ich werde wohl Feiern wegmachen müssen. Machen wir jetzt mal da, direkt anziehen. Zwei, drei, vier, fünf. Das passt hier. Zwei, drei, vier. So. Okay, da kommt noch ein Haus hin. Und da vorne... Ne, da will ich keins mehr hinmachen. Das ist einfach... Aber dann stehen die so abseits hier. Also, das tun sie sowieso, aber es sind dann... Es wäre dann eben doch ein paar mehr. Wie wäre es, wenn wir hier oben noch eins hinstellen? Ja, das würde doch hier ganz gut passen. Komm, wir stellen hier noch eins hin. Direkt am Rand. Ja. Direkt am Rand. Warum nicht? Zwei, drei, vier, fünf. So, eins, zwei, drei, vier. So, und alle gleich groß. Oder gibt es noch... Ja, es gibt ja noch... Ja, Moment mal. Wir schauen mal. Vielleicht können wir an einer anderen Stelle noch ein anderes hinmachen. So, jetzt laufe ich aber mal da zurück. Ja, das will jetzt da keiner abernten. Ja, da hat sich noch nichts getan. Vielleicht fehlt das auch hier am Lichtlevel. Wenn ich da eine Fackel hinmache... Dann ist zwar das Lichtlevel höher... Aber es ist... Naja, gut, es kommt hier... Hier direkt drüber kommt ja auch kein direktes Sonnenlicht vom Himmel. Also, ja, ich weiß nicht. Einfach mal abwarten und schauen, was geschieht. So, hier haben wir auf jeden Fall genug Häuser. Haben wir jetzt Häuser, die ein bisschen anders sind. Die ein bisschen größer sind hier. Ach, guck mal hier. Das ist ja auch... Das hat so ein Flachdach. Und das andere hier aus Holz, wo das Holz an den Seiten ist, das hat da so einen Aufbau. Ah, okay, gut. Äh, ja gut, hier sind keine weiteren Felder. Hier, das ist natürlich größer. Ja, so ein größeres Haus könnten wir auch nochmal wieder irgendwo hinstellen. Schmiede aber nicht. Hier, das ist auch so ein Flachdachhaus. Genau, mit Steinen. Oder hier, so eins da, genau. Das geht hier noch nach oben, ja. Da, so eins will ich auch noch haben. Dann fangen wir doch mal mit den größeren Häusern an. Dann könnten wir... Wir können hier auch innen was hinbauen. Dann machen wir doch hier ein größeres hin. Und da ein größeres. Und zwar einmal... Einmal so eins da. Und einmal... Ähm... Nee, oder ist das das gleiche hier? Das, ich glaube, das könnte das gleiche sein. Ah, da stehen gleich zwei nebeneinander. Ja, okay, wir können auch so eins machen. Oder wir bauen einfach so eins, das so ähnlich aussieht. Muss ja nicht ganz genau so gebaut sein wie das da. Und ich sehe gerade den einen oder anderen kleinen Karten. Könnten wir auch hinstellen. Nach hinten raus dann, ja. Hm, okay. Also, ich schaue mal von der Seite aus hier. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neuner Breite. Und das hier ist eine Sechser Breite. Neun mal sechs. So, dann stellen wir das da hinten hin. Und zwar... Ja, das können wir einfach... Da oben drauf, oder? Direkt hier hin. Das wären eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun. Das würde genau hinpassen. Moment mal, ich mache mal das hier weg. So, nochmal, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und sechs in die Richtung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hm, okay. Hm, was machen wir da? Das gleichen wir einfach an, hier so. Mit Stein. So, dann kann der Pfarrer auch da stehen bleiben. Das Gras hier kommt weg. Dann hätte er zumindest schon mal den Grund, das hier für den... ...hier Haus hier. Und die Laternen bauen wir dann nachher da so dazwischen dann rein. So. Ne, jetzt... Da fällt man in den Boden und setzt den Block verkehrt dann... So, okay. Hier kommt so ein großes Haus hin. Und der Eingang ist dann hier. Ja, genau. Könnte man sogar hier noch ein bisschen... Ja, oder man lässt es einfach. Nö, ich lasse es einfach so. So, das zweite große Haus, das soll dann da vorne hin... Oh, guck mal, hier, das ist zugewachsen. So. Haben wir das auch? Hier. Hier machen wir dann das zweite große Haus hin. Das dann so ungefähr werden soll wie das hier. Und das ist... Das sind drei von der Tür. Das auch. Also sechser Breite. Wahrscheinlich hier... Achso, das ist ja... Ah, okay. Okay, das sind... Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hm. Und das war sieben. Sieben mal elf. Okay. Ah, dann müssen die... Die fahren jetzt ja doch weg. Ja, also sieben... Äh, nee, elf. Elfer Breite. Machen wir das direkt an den Weg? Nö, das will ich eins... Eins oder sogar zwei nach hinten versetzt haben. Aber, nee, das ist... Aber das da steht auch nicht am Weg. Das steht auch einfach nur so irgendwie da. Aber alle anderen Häuser sind auch am Weg. Nö, dann bauen wir das auch an den Weg. Tja, die Frage ist nur, wo muss ich anfangen? Ähm, ich fange mal hier an. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, das passt so. Dann, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Das ist mir lieber. So, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, noch eins. So, ja, da bin ich gespannt, was aus dem Haus wird. Oh, Moment mal. Hat das Haus denn... Moment, die Sonne blende nicht... Hier. Nee, das hat kein überhängendes Dach. Aber hier. Das ist so ein bisschen asymmetrisch hier. Okay, aber er solle mit der Seite hier, mit der langen... Mit der hier soll es an der Straße stehen. Oder am Weg. Und, äh, das reicht. Dann müssen wir nach hinten. Ah, das... Also, müssen wir noch ein bisschen größer bauen. Der... Der Jaguar wird sich beschweren. Oder Puma... Panta... Nee, Panta ist das. Okay. Ja, der muss sich ein bisschen weiter in den Wald zurückziehen. Und ich will... Ich habe beschlossen. Das, glaube ich... Weiß ich, habe ich das erzählt oder nicht? Ich will dem Panta wieder einen Kollegen geben. Da müssen wir dann ins Schummelmenü. Denn der eine hat mich angegriffen. Das hat mir leid getan, aber... Nun ja. So. Zwei raus. Und dann hier nochmal sechs. Okay. So, das hier. Zwei, drei, vier... Vier, fünf, sechs. So. Ab ins Bett. Dann legen wir da noch die... Die, ähm... Die Sohle da rein. Morgen. Oh, und ich muss was essen. Ich muss da hin und was essen. Ja, Moment. Jetzt gehe ich jetzt mal ins Haus hinein. So. Und dann mal was essen. So. Und dann... Ach ja, Moment. Kartoffeln. Schauen wir doch mal, wie weit das mit den Kartoffeln ist. Boah, die sind durch. Sehr gut. Wollen wir die noch? Okay. Jetzt aber. Ab ins Bett. Hey, Tür zu. So. Und gute Nacht. Ah, der Morgen war schneller als ein Schluck Tee. So. Macht nichts. Jetzt müssen wir die Sohle legen. Oh, das reicht aber gar nicht mehr in Sachen Stein. Und da müssen wir mehr mitnehmen. Bin ja gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir komplett fertig sind. Wenn dann auch die, ähm, die, äh, die Häuser, äh, die, ja, die Häuser natürlich, ähm, na, die Bäume stehen. Ich will, da, da standen ja einige mitten im Dorf, äh, das, das will ich auch wieder haben, aber nicht so viele. Also die Leute sollen da, sollen da schon vernünftig durch können und auf dem Feld soll was wachsen. Was bei dem einen Feld unter Unbeständen jetzt nicht mehr ist, da müssen wir nochmal nachschauen, ob da wirklich was wächst. Weil ja kein direktes Licht von oben kommt. So, da, da noch, genau. Ich schau mal. Das müsste, ne, da hinten. Ja, wir müssen sehen. Nö, da ist doch, ach doch, da ist ein Feld. Ja, da ist ein Feld. Und da wächst auch was. Aber, äh, ungestört. Ne, wo war das denn? Dann müssen wir da nochmal schauen, das ist da in der Nähe vom Tunnel. Da wächst auch alles, aber das ist ja, das sind ja Fälle, die schon vorher da waren. Ja, genau, da will ich ein Haus hinbauen. Ein kleines. Oh, guck mal, hier ist alles zugebracht. Das hat, das hat tatsächlich jetzt die Fackel gemacht. Okay. Oh, ich hab ne Idee. Wir könnten da, ähm, das hier raus machen und hier in der Fackel reinstellen. Und da vorne machen wir das auch. Hier ungefähr da. Dass es hier ein bisschen heller ist, da drin. Ja, wie viel das jetzt tatsächlich bringt, ist wieder was anderes. Aber es ist auf jeden Fall was. So, hier ist drüber alles voller Himmel. Nö, wo war das denn mit dem Feld? Nö, also hier offensichtlich nicht. Wo hab ich denn Felder angelegt? Hm, da vorne noch. Ne, wir sind doch jetzt gerade alles abgelaufen, oder? Ach ne, da war das. Da ist das. Da ist so ein Baum hier. Direkt neben dem Feld. Oh, da hab ich was vergessen hier. Guck mal. Dann nehm ich das hier. Ja, das will ich einfach mal beobachten, ob da, ähm, ob da was wächst. Okay, jetzt haben wir Platz für zwei große Häuser. Da könnten wir hier noch ein kleines Haus hinschauen. Ah, hier die ganze, die ganze Reihe noch. Da gegenüber noch, da vorne ein kleines. Dann lassen wir hier ein bisschen frei. Und dann kommt hier noch ein kleines hin. Und die waren ja, boah, fünf mal vier. Okay. Ne, ich will das, ne, ne, ich will das schon in den Boden bauen. Ja, doch. So, ähm, können wir hier? Wir kriegen da hier genau vier hin. Ja, sehr gut. So, drei, vier, fünf. Oh, der Pilz geht weg.